ja liebe leute willkommen zu space engineer ich habe das ding vor einer ganzen weile mal gespielt also für mich vor einer ganzen weile so wo sitze ich eigentlich drinne ich sitze in so in so einem lädierten flugzeugraumschiff und werde jetzt wahrscheinlich irgendwie muss ich auf diesem planeten landen ja also ich habe das vor einer ganzen weile mal gespielt und dass ich muss aber ehrlich sagen ich bin raus ich bin raus ich weiß jetzt nicht so richtig was jetzt neues dazugekommen ist gab bestimmt einige updates und ich habe mir auch hier zettel gemacht wo ich die ganzen tastaturbefehle drauf weil ich habe mir die nicht mehr gemerkt ich weiß ich fange im prinzip noch mal neu an mir das zu erarbeiten wie auch immer mal zu schauen so ich muss jetzt eigentlich auf den planeten runter das ist doch jetzt eigentlich das ziel oder das nächste was ich machen muss weil ich habe ja jetzt nur so ein kleines raumschiff was überhaupt nicht glaube ich im weltraum weltraum irgendwie fliegen kann jetzt ist natürlich die frage wie kann ich landen so ich bin jetzt bei 18.000 metern was ship fuel war irgendwas naja mal sehen also verbleibender treibstoff ist 16 minuten links rechts unten ist da die liste ich habe eine geschwindigkeit von sechs meter stehe ich will da bin runter oder ich muss runter kann ich eigentlich hoch ich muss runter ich muss sozusagen langsam landen also das ziel ist langsam zu landen und dann zu überleben also ich habe ja hoffentlich mein flugzeug hier das kann ich dann ausschlachten und dann was habe ich dann was habe ich dann noch an tasten trägheitsdämpfer die sind an ok check back ist aus gesundheit ist 100 prozent sauerstoff ist 90 das sieht eigentlich alles gut aus ich habe mein inventar kann ich das schauen ja weil ich kann schauen kleiner fracht container dann nehmen wir uns mal das gleich rüber geht das das geht gar nicht da muss ich wahrscheinlich kann ich ja aussteigen sollte ich aussteigen wie geht aussteigen mit f mit f geht aussteigen wobei ich muss ich darf nicht zu schnell ich wollte eigentlich mal schauen das war so und dann ja da kann ich das machen und gibt sonst noch was was ich nehmen könnte und die sachen vielleicht und dann nehmen wir uns mal die hälfte mit rein was passiert ich gehe mal ich gehe mal lieber wieder vor ich gehe mal lieber wieder vor das ist neun tausend meter oh 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 ich muss ich 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 muss dagegen oh 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 das habe ich ja ok kann ich kann ich das abbremsen ich habe 100 meter pro sekunde fallgeschwindigkeit das ist das ist das glaube ich schlecht oder weiter scheiße 7000 meter kann ich irgendwie kann ich hier wo wo wohin kann ich kann ich irgendwie nach vorne scheiße was habe ich jetzt überhaupt das okay also gerade und irgendwie nach oben bringt mir das was 8 9 nee das war die energieverbrauch 88 prozent 100 meter 4000 scheiße ich glaube ich sterbe das war jetzt eigentlich nicht so geplant äh was mache ich was mache ich was mache ich was mache ich kann ich irgendwie 2000 ich habe keine idee ich habe keine idee scheiße 2000 ich muss gegenhalten ich muss gegenhalten ich muss gegenhalten was macht er jetzt ach speicher nur meine güte ne 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 scheiße 700 ah mist kack das geht glaube ich schief alter ich habe überlebt ich habe überlebt ich habe überlebt das hätte ich jetzt nicht gedacht aber ist das so ist das so vorgesehen ähm ähm okay äh wo wo bin ich jetzt scheiße aber sieht habe ich irgendwas retten können okay wir sind wir sind gestritten habe ich z begann ich habe das chat pack an x-word chat pack ja okay okay das heißt wir sind mehr oder weniger gelandet wir sind abgestürzt und jetzt müssen wir uns drum kümmern dass wir überleben ich ähm ich vermute mal ich muss erstmal einsammeln die ganzen sachen hier ich muss das abbauen wie baue ich das ab das war die 2 okay mit der 2 nehme ich die sachen also zerlege ich die sachen und nehme die dann mit i ins inventar okay das heißt ich habe eigentlich ich glaube hat das richtig gemacht dass ich was in was genommen habe weil ich glaube das wäre alles zerstört gewesen hätte ich verloren ja was haben wir jetzt eigentlich da die beiden frags nur die beiden fragmente huu ist das jetzt ein guter Ort her oder ist das eher zum bauen ich denke mal das ist eigentlich erstmal egal ich wäre hier einfach irgendwie erstmal eine Basis irgendwie errichten müssen das ist das was ich jetzt machen muss und mich dann um die Basics kümmern also ich habe Energie 95% Sauerstoff 72% Hydrogen 79% gut so jetzt müssen wir gucken jetzt klicken wir mal auf G und da müsste doch irgendwo sowas wie ein Starter sein oder alle Blöcke nee hier hier Station das ziehen wir uns mal hier runter ja das denke ich so weit kann ich mich erinnern das heißt wir müssen aha geht das gar nicht ist das rot rot heißt geht nicht oder oder heißt ist das egal was press R achso das sind die kleinen haha nee na dann mache ich mal einfach hier im Schatten des Berges setze ich mal okay war ja klar jetzt brauche ich Stahlplatte okay das heißt ich muss erstmal doch weiter abbauen okay dann gehen wir mal hier zu unserem kann ich ich hüpfe zu unserem zu unserem Dings ich glaube ich muss vielleicht mal die Lautstärke ein bisschen erhöhen also ich habe das jetzt einfach erstmal gestartet ohne irgendwie zu sehen wie das funktioniert ich habe jetzt ein paar Mods installiert aber na na so ja okay dann nehmen wir das noch weg bis wir voll sind wir haben 1460 Kilo gut was ist das hier oben jetzt probieren wir es nochmal mit unserem Kern ich hoppe hier rum das ist die 7 ja jetzt ist grün sehr schön jetzt ist grün so da machen wir einfach mal ein bisschen weiter weg egal einfach das ist jetzt erstmal nur dass wir überleben können okay wie machen wir das jetzt 1 2 3 machen wir mal nebeneinander da komme ich hoch und dann machen wir nochmal hier ein bisschen so würde ich das sagen so eine Doppelreihe eine Doppelreihe jetzt müssen wir das noch schweißen dass wir hier unsere erste kleine Plattform haben okay es fehlen natürlich Stahlplatten ich hoffe das ja hier ist noch genügend ich baue das trotzdem erstmal alles in Ruhe ab was wir haben haben wir weil mit diesen Sachen kann ich eh nichts anfangen da drüben sehen wir was wir alles kriegen aha na jetzt gut ja da hat man ja denke ich mal richtig Glück dass hier noch einiges übrig geblieben ist also was hätte ich gemacht wenn ich nur im Sitz überlebt hätte im Pilotensitz ich glaube da hätte man ein Problem gehabt so jetzt machen wir mal weiter haben wir irgendwas übersehen nein gut naja mal sehen also wir brauchen wahrscheinlich Sauerstoff und Energie das sind die Sachen die wir als nächstes brauchen und dann haben wir es eigentlich zumindest erstmal grob und dann müssen wir uns auf die Suche machen nach Rohstoffen so wie wir es kennen Panzerung das war schon wieder alle na da und ich reiche das auch für die Dinge die ich dann noch zusätzlich bauen will so das ist jetzt Metall was ist das eigentlich Gravitationsfeldgenerator den brauche ich ja überhaupt nicht her den kann ich komplett abbauen gut habe ich noch irgendwas gefunden gewonnen erhalten was ist das ein Triebwerk da oben na gut ich baue mich mal ich arbeite mich mal hier so langsam durch ich hoffe wer ist da schlagen eigentlich davon na komm bleib da so so da mache ich das eine noch fertig das ist jetzt natürlich eine grobe Basis nur oder eine Hilfsplattform so okay was ich als nächstes brauche ist wahrscheinlich ein Generator der Energie liefert Energieplücke Reaktor Reaktor klein ich denke mal ich sollte einen Reaktor klein bauen Station brauchen wir nicht dann pflanzen wir mal hier einen Reaktor klein in die Ecke so jetzt schauen wir mal was wir alles schon haben achso Reaktorkomponenten traurig hm ist natürlich die Frage ob das ob ich das hier habe das weiß ich nicht da bin ich gespannt wenn wir es nie haben dann 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 muss ich über Solarpanel oder so Energie mir organisieren so es kippt um wenigstens bleibt es liegen und ich kann den Schrott dann noch verwerben es gibt wenigstens ein paar Stahlplatten so wie ist das hier oben komme ich hier hin ich komme von hier nicht hin von hier komme ich komisch komme ich auch nicht hin dann mache ich erstmal hier dieses Ding weg ah hier unten ach ich bin voll ich bin voll okay ich bin voll so da mache ich erstmal als nächstes ähm was brauchen wir Sauerstoff Sauerstoff brauchen wir denke ich ähm was war es G und dann müssen wir mal gucken Produktionsplöcke Raffinerie Licht Sauerstoffgenerator Sauerstoffgenerator den pflanzen wir mal die Ecke einfach so würde ich sagen kann man den drehen ne so wollte ich das nicht drehen und dann dreht man das so ne ok na dann ist wahrscheinlich die naja ok das wollte ich machen wie rum drehen wir das dass wir rankommen beziehungsweise uns an den nächsten anschließen wahrscheinlich die haben wir daneben stellen wobei das egal ist Sauerstoff den es ist ist ich denke mal das ist egal jetzt ich weiß ja sowieso nicht ob ich genügend Rohstoffe habe so das heißt wir probieren mal wir schauen mal aha wieso ist das jetzt weg wieso ist mein habe ich habe ich irgendwas getippt was jetzt wo ich jetzt nichts mehr sehe ich habe jetzt irgendwas getippt ich weiß es nicht wo mein meine Werkzeugleiste sehe ich ok ich sehe jetzt auch gar nicht was da fehlt jetzt ich habe jetzt irgendwas getippt und weiß es nicht mehr wo ich hier meine ganze Sicht habe V ne V ist das F ne hm toll da muss ich dann gleich mal wieder schauen ich weiß es nicht das ist eben so am Anfang da da muss ich mich erstmal reinfuchsen ich muss mich erstmal wieder reinfuchsen in das Spiel so jetzt war das das ok ha vielleicht ha wie hud ne ich ich muss mal schauen also nochmal also Optionen Spiel ne das war es nicht Steuerung ist das doch allgemein genau können wir klein mal ein bisschen schauen so allgemein da ist jetzt nix Navigation vorwärts und so weiter aufwärts gehen ist klar Navigation 2 das war rotieren Werkzeug Waffen benutzen ist klar ablegen ja nein Werkzeug 2 auch nicht System Inventar bla 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 umschalten halten Chatfenster nein Konsole Power Power Switch Werkzeuge Tastatur Toggle nein Trägheitsdämpfer nee das haben wir hat Tab hab ich Tab gedrückt Tab ist es hab ich das aufgeschrieben ne hab ich nicht aufgeschrieben das müsste es sein das war V genau also gucken wir mal Tab ist es Tab ah ja ja da das ist gut Tab ist es na gut man lernt nie aus so hier haben wir die ganzen Teile wartet mal bleibt mal echt doch ja Puh na da Energie ist oh Energie ist ich brauche Energie ich brauche Energie Scheiße was mache ich was was fehlt jetzt hier noch Stahlrohr groß ne das war's das war's das war's da kann man doch klein mal das Eis hier reintun so die anderen Sachen sind voll aber ohne Energie Scheiße Stahlrohr groß Metallgerüst ja das ist nix also ich weiß nicht also es kann sein dass ich das gar nicht schaffe oder ich ich muss das über Solarpanel machen so ich nehme das erstmal ja alles weg so wie viel haben wir noch 15 Stahlplatten kriegen wir die hin kriegen wir das hin bleiben wir liegen gut das kriegen wir hin so jetzt muss ich mal schauen da unten liegt noch was ich mach mal ich mach mal Jetpack so und das Jetpack ist jetzt natürlich ein cooles Jetpack das ist ein richtig cooles Jetpack bleibt mal stehen im Gegensatz zu anderen Spielen ist das nicht schlecht so das war's ok hä wieso ich dachte Jetpack was ist denn los so jetzt ist Jetpack aus jetzt ist an Fliegen Status genau ich dachte ich kann hoch und dann bleibt er stehen wieso fällt er wieder runter ist die Gravitation so groß das ist ja komisch tja ok liebe Leute das sieht aus als wenn ich als wenn ich das nicht hinkriege mit den mit den Generator das heißt ich hab ein Problem ich hab ja auch nichts anderes hier oder ich guck nochmal da bin ich einfach zu schwer und da hinten ist nur ein Einschlagloch da hinten war noch irgendwie ein Einschlagloch mal gucken ob da irgendwas drin ist warte mal hier hier oder täuscht du das nee das war das doch das war schon aber das hab ich ja leer das hab ich ja leer Mist 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 hab ich irgendwo anders vielleicht noch was übersehen nee oh ich hab mich verletzt ne ah scheiße 93% bloß noch das ist natürlich der Nachteil ok dann brauche ich Batterie und Solarpanel Batterie und Solarpanel das ist jetzt zwingend notwendig so ich bin jetzt voll wahrscheinlich was was mache ich ich bin ganz verwirrt das war's ne gibt's irgendwie Chancen also Batterie und Solarpanel G Batterie Energieblöcke Batterie und Solarpanel weil äh ok die Batterie könnte ich dorthin einfach pflanzen und jetzt mache ich mal schaue ich mal ob ich ein Solarpanel hinkriege die Sonne ist da wie machen wir das am besten wir machen das am besten irgendwie flach das ist doch bestimmt am coolsten oder kriegt man das hier an die Seite irgendwie ran so irgendwie hässlich also mhm was ist jetzt los das rotiert sich jetzt äh in 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 Stückeln wenn ich äh ich hab wahrscheinlich wieder irgendwo rumgetippt und hab's wahrscheinlich wieder vermasselt haha ah das ist wie der erste Mensch ja ja ich weiß so ist das jetzt fest ne das ist nicht fest das das liegt bloß rum oder so Jetpack aus das liegt bloß rum ich muss das wieder ah das ist Mist hm hm so also wie 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 läuft das jetzt wie läuft das ich mach jetzt erstmal die Batterie ich versuch die Batterie erstmal zu machen krieg ich die hin Energiezeile fehlt mir alter ich ne es wird nix es geht nicht ist was das war's mir fehlt mir fehlt alles was mach ich schade also ich hab jetzt keine Idee also ich hab jetzt keine Idee äh was ich machen soll ich könnte mir natürlich ah ich hab ja keine Energie also ich meine hier da geht ja nix ich muss den den muss ich abbauen ich muss den erstmal abbauen so irgendwas hier ne gut jetzt gucken wir nochmal ob wir die Batterie hinkriegen ah shit Energiezellen wenn ich jetzt einfach so ein Solarpanel hier hin pflanze passiert da was ich pflanze mir so ein Solarpanel hin 8 so ok ähm wieso ist das jetzt gibt es da irgendeine Einstellung wahrscheinlich gibt es irgendeine Einstellung wo ich sage das rotiert ich will das nie so fein haben das funktioniert nie bei mir oder ich mach das einfach so ich schaff dir das da selber dran so wenn jetzt natürlich das Solarpanel ich auch nie machen kann dann dann war's das wahrscheinlich Solarzellen fehlen mir Alter da wird nix hier scheiße gut ok das heißt das heißt das war's oder komm geh mal hoch das heißt das war's ich schaff's nicht irgendwas ist hier ja ja Inventory voll ja könntest du jetzt eh keine Computer brauche ich nicht ich brauche Solarzellen Herstellungskomponenten ich habe alles außer Solarzellen ich kann keinen Generator bauen also hier Uranreaktor gut dann mache ich erstmal hier Schluss wenn jemand eine Idee hat was ich machen kann um zu überleben weil ich denke mal irgendwann geht mir die Energie aus und ich stehe hier rum und ich kann ja auch keinen Sauerstoff und kein Hydrogen erzeugen dann mal mir bitte einen Tipp geben bitte einen Tipp Hilfe Hilfe ich wollte eigentlich landen und überleben aber hm ok also ich brauche Hilfe danke bis zum nächsten Mal ciao ciao